In Totenwald geht es um die Suche des Hamburger Polizisten nach seiner Schwester, die 1989 verschwunden ist und die er 28 Jahre später, im Jahr 2017, auf dramatische und spektakuläre Weise gleichermaßen gefunden hat. Meine Lieblingskommissarin im deutschen Fernsehen ist mit Abstand Anneke Kim-Sahnau. Ich liebe das, wie sie ihre Figur ausfüllt. Ich mag diese Verletzlichkeit, diese Wut, der Zorn. Und wie man ihr wirklich in jeder Einstellung bis gefühlt auf den Grund ihrer Seele schauen kann. Das macht sie meisterhaft und einzigartig, finde ich. In meiner Familie wurde unlängst eine Nagelpistole angeschafft. Und vielleicht wäre so eine Nagelpistole nochmal so ein ganz interessantes Tötungsinstrument. Ich mag diese Verletzungen. Ja, das macht sich ein ganz interessantes Tötungsgebäude. Und ich habe sie mit Abstand Anneke Kim-Sahnau. Ich mag diese Verletzungen. Ich mag diese Verletzungen.